Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Sammelkarten Video hier auf meinem Kanal Rabbids Openings. Heute ein Video, wo ich euch etwas anbieten will. Ich habe einige Dinge aus meiner Sammlung, die ich verkaufen will. Weil, warum? Ich habe keinen Platz mehr. Und die Openings, die wir die ganze Zeit machen, sei es Digimon, sei es Pokémon, sei es Dragon Ball, was auch immer, ist auf Dauer ziemlich teuer. Bedeutet, ich muss ein bisschen was von meiner Sammlung reduzieren, weil sowieso zu viel. Und ich muss ein bisschen Geld zurückkriegen, um neuen geilen Scheiß zu eröffnen. Bedeutet, alles, was ihr von mir kauft, wenn ihr etwas kauft, niemand ist gezwungen. Ganz wichtig. Geht in neue Openings rein. Das ganze Geld gehört nicht mir dann, sondern gehört dem Kanal. Okay? Ganz wichtig. Punkt Nummer 1. Sollten sich mehrere Leute für ein Produkt interessieren, bekommt natürlich derjenige das Produkt, der am meisten zahlt, auch klar. Meine Preise sind überhaupt nicht übertrieben. Punkt Nummer 1. Also, das meine ich jetzt ernsthaft. Das sind alles die ganz normalen Marktpreise. Ein paar Sachen sind auch billiger als am Markt. Ein paar Sachen bekommst du auch woanders vielleicht zum gleichen Preis. Aber, hier siehst du es ganz genau. Okay? Du weißt sofort, was du bekommst. Du weißt, wie es aussieht. Du weißt, dass es original ist und kein Fake. Und so weiter und so weiter. Wir beginnen mal mit der ersten Sache, was ich habe. Und zwar, ich habe noch 6 von diesen Dinosaur King Boxen, die ich gefühlt nirgends im Internet finden konnte. Ich musste den Wert der Box anhand der Booster darin ausrechnen. Diese Box ist gefühlt im Internet nicht zu finden. Wer wissen will, was darin ist, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Link ist in der Videobeschreibung. Da seht ihr die ganzen Dinosaur King Sachen. Es sind Booster drin. Es sind exklusive Karten drin und so weiter. Dinosaur King, Kettenverleidung aus der Kindheit. Alle Boxen sind wunderschön noch original versiegelt. Sind von Sega. Ihr seht, sind von 4Kids und so weiter. Also ganz offiziell alles und wirklich noch versiegelt und schön geile Collection Boxes. Davon habe ich 6 Stück. Kostet pro Stück 15 Euro. Wer alle 6 nimmt, bekommt es natürlich ein bisschen billiger. Ganz klar, wenn ihr mehrere Sachen nehmt, kann ich was am Preis machen. Prinzipiell kann man mit mir über alle Preise reden. Nichts ist hier in Stein gemeißelt. Und wie gesagt, niemand ist gezwungen hier was zu kaufen. Wenn es euch zu teuer ist und so weiter. Wenn ihr denkt, hey, bei meinem Cousin drehten gerade um die Ecke, kriege ich das Ganze auch französisch für 3 Euro. Dann kauft das doch bitte. Hier alles, wie gesagt, echt. Alles Markenware. Alles schön. Alles geil. Also 6 davon von Dinosaur King und Boxen habe ich hier bei mir. Zwischendurch werde ich jetzt auch Produkte einwerfen von mir. Und zwar, wir haben hier noch nämlich Rabbids Random Packs. Wo zum Beispiel ihr ein Booster Pack bekommt mit dem japanischen Artpack. Ihr bekommt Booster Packs von Yu-Gi-Oh, von Dragon Ball, was auch immer. Und darin sind Random Karten. Okay. Aber es ist immer eine Rare garantiert. Nehmen wir hier das Random Pack zum Beispiel. Hier haben wir Digimon Karten aus Japan. Von den nagelneuen. Zwei Stück. Wir haben hier Karten von Buddy Fight. Auch sehr schöne Karten. Wir haben hier drin, ja, zwei My Little Pony Karten. Ihr kennt die ganzen Opics auf meinem Kanal. Dann haben wir noch zwei Karten von Force of Will. Auch sehr schön. Und wir haben hier zwei Karten aus dem japanischen Yu-Gi-Oh mit einer garantierten Rare. Also in all diesen Rabbids Random Packs befindet sich eine andere Sammlung von Karten. Also überall so etwas anderes drin. In manchen ist dann zum Beispiel Pokémon drin. Deutsch, Englisch, Japanisch. Dann gibt es noch Dragon Ball Karten darin. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Aber alles komplett random. Mit einer mindestens garantierten Rare. So ein kleines Rabbids Random Booster Pack kostet 2,50 Euro. Ich habe, ihr seht, einige davon gemacht. Wenn ihr es hier haben wollt, lasst es mich gerne wissen. Wohin könnt ihr mir schreiben, damit ich das Ganze sehe, dass ihr mir geschrieben habt. Lol, da ist noch ein Deckel drin. Ähm, ihr könnt mir einfach an die Mailadresse schreiben in der Videobeschreibung. Der erste Link in der Videobeschreibung ist meine Mail. Da schreibst du mir von der Mail, was du haben willst, wie viel du haben willst, und so weiter, und so weiter. Und dann kriegst du von mir natürlich so zeitnah eine Antwort. Natürlich kommt zu allen ein bisschen Versandkosten dazu, aber nicht so viel. Auch das werde ich dir natürlich dann schreiben. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar eine wunderschöne deutsche Yu-Gi-Oh-Tin. Auf sie Zen-Meister. Wie ihr seht, auch komplett unbeschädigt. Alles wunderschön im Original verpackten Zustand. Aus dem Jahr, ich glaube 2011 war das. Ja. Aus dem Jahr, ihr seht sie um 2011. Diese wunderschöne Yu-Gi-Oh-Box gibt es bei mir für 40 Euro. Eine sehr schöne, geile, ihr hört es hoffentlich, Metall-Tinbox. Finde ich ziemlich nice, aber wie gesagt, mein Problem ist, ich finde alle Sammelkarten-Dinge geil und so weiter. Aber ich habe keinen Platz. Deswegen geht auch diese wunderschöne Tinbox original verpackt ohne Beschädigungen für 40 Euro an euch raus. Wie gesagt, bei allen einfach mir eine Mail schreiben. Das habe ich auch schon mal in allen anderen Videos gezeigt. Und zwar 100er-Packs. Das hier zum Beispiel sind 100 Dragon Ball Super Card Game Karten. Natürlich alles Original und alles auf Englisch. Das Dragon Ball Super Card Game gibt es nur auf Englisch. Es gibt auch kein First Edition in dieser Sache. Weil das alles ist First Edition. Dragon Ball Super Karten werden nur einmal gedruckt und dann nie wieder. Ihr bekommt 90 normale Karten und dazu eine Reverse-Holo. Das ist nur ein Beispiel. Die hier muss es nicht sein. Einen Arsch voll geile Rare Karten noch dazu. Und garantiert eine Super Rare. Wie zum Beispiel hier unser Piccolo mit Gold-Effekt, wie ihr sehen könnt. Richtig geil. Und eine Rare mit roten Linien zum Beispiel. Da gibt es welche mit orangen Linien und so weiter. Das ist alles garantiert in diesen 100er-Packs. Also ihr habt nicht nur 90 normale Karten, sondern auch die garantierten ganzen Rares, Super Rares und so weiter. Und ihr wisst auch, wie krass teuer die Dragon Ball Karten geworden sind. Und hier kosten bei mir in diesen Rapid Big Packs 100 Karten 19,90 Euro. Mit garantierter S-Rare und garantierter Rare mit diesen bunten Streifen. Bloß dazu, wie gesagt, ein Haufen Stapel Rares und eine Reverse-Holo. Leute, das ist geil. 100 davon. Dann gibt es aber auch noch 100 davon, wo ich auch vor kurzem welche verkauft habe. 100 Karten von Yu-Gi-Oh! Also 90 ganz normale Yu-Gi-Oh! Karten. Alles natürlich in Deutsch und First Edition. Ihr wisst das aus meinen Openings, ich mache nur erste Edition auf. Also 90 Karten davon. Dann 3 Rare, also mit der Goldschrift oben. Dann 3 Super Rare Karten. 3 Ultra Rare Karten. Das sind alles Beispiele, also nicht diese 3 Karten sind jetzt unbedingt drin. 3 Ultra Rares, eine garantierte Secret Rare und dann noch in jedem zweiten, dritten 100er Pack ist dann noch drin entweder eine dieser Ultra Rares mit der bunten Schrift. Die kennt ihr vielleicht aus meinen anderen Openings. Mit dieser bunten Schrift hier oben statt der Goldschrift. Also eine Ultra Rare oder eine Gold Rare. Die neuen Gold Rare Karten sind ja der Oberhammer und sehen richtig, richtig geil aus. Auch das kann darin sein. Also garantiert ist auf jeden Fall 90 normale First Edition deutsche Yu-Gi-Oh! Karten plus 3 Rares, 3 Ultra Rares und 3 Super Rares und eine Secret Rare und random mit dabei, entweder eine Gold Rare oder eine dieser Ultra Rares mit der bunten Schrift. Auch das hier 100 Yu-Gi-Oh! Karten für 19,90 Euro und 100 Pokémon Karten. Ja, auch Pokémon Karten natürlich. Pokémon Karten sind es 90 normale Pokémon Karten. Alles deutsch, es gibt keine First Edition. Ähm, dann haben wir noch dabei, fängt sie an, genau. Haben wir hier 8 Rare Karten. Ganz normale Rare Karten. Dann eine Reverse Rare. Eine garantierte Holo und eine garantierte EX oder GX oder V-Karte oder auch beides. Also kann es sein, dass du zum Beispiel, zum Beispiel, einen Drago Ran GX drin hast oder du hast beides hier drin als Beispiel. Oder auch eine V-Karte, eine V-Max Karte und so weiter und so weiter. Aber einen garantierten Pool plus, habe ich gesagt, die garantierte Holo plus die garantierte Reverse Rare und die ganzen Rares. Also auch hier 100 Karten für 19,90 Euro. Das Ganze, wie gesagt, von Pokémon, von Yu-Gi-Oh! und von Dragon Ball. Wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt, schreibt mir einfach eine Mail. Dann kommen wir zu einer Sache, was fast mein Lieblingsgegenstand heute ist. Und zwar eine Mew, Mewtwo, Pikachu, Collector Chest. Also ein Sammelkoffer, ihr seht es hier, mit Henkel. Also so ein Herbstsammelkoffer. Und der hier, hier ist der Oberhammer. Der ist arschteuer, ich weiß, aber er ist auch der Oberhammer. Ihr habt nämlich da drin, zum Beispiel, Teams sind Rumpfbooster. Ihr habt geile Hüllen und so weiter und so weiter. Aber das krasseste, was auch drin ist, sieht man das hier am Koffer gerade? Ne, sieht man leider hier gerade nicht am Koffer. Aber darin ist auch noch nämlich eine Promo-Karte von Armored Mewtwo und eine Promo-Karte von Glurak-Klon plus eine Pikachu-Promo-Karte. Allein diese Promo-Karten darin sind ca. 70, 80 Euro wert, ohne gegradet zu werden. Also ganz normale Karten. Kartenmarke, kannst du ja nachgucken. Die Promos, schon richtig geil. Der Koffer an sich, mega geil. Er ist auf Deutsch und er ist original, schön verpackt. Alles ist hier okay, nichts ist irgendwie kaputt. Gut, der ganze Koffer hier ist für 130 Euro. Klingt zwar viel, ich denke aber, es ist ein gutes Investment auch zum Beispiel, für alle, die es interessiert. Der Koffer ist richtig geil. Aber ich sage, ich brauche Platz. Ich habe die Promos darin ja schon. Ich habe schon mal so einen Koffer geöffnet, auf Englisch. Aber der ist auch auf Deutsch der Oberhammer, allein schon wegen den geilen Boostern darin. Auch so ein Team-Up, so ein Team-Ist-Trumpf-Booster kostet auch schon mal 10 Euro. Wisst ihr Bescheid, das Ganze kostet viel. Also prinzipiell der Koffer, 130 Euro, ist ein kleines Geschenk fast schon. Wenn ihr ihn haben wollt, wie gesagt, auf Deutsch, schreibt mir gerne. Wie gesagt, ich habe ein Platzproblem. Ich gebe nichts hier freiwillig ab, aber ich muss leider. Und zwar habe ich hier noch eine deutsche Legendary Collection 2. Das ist, das ist auch geil. Erstmal klingt es komisch, deutsch, ja. Legendary Collection The Duel Academy, ja, ist aber deutsch. Insgesamt 58 Karten steht drauf, darunter 28 Foil-Karten und so weiter. Auch alles original verpackt, alles wunderschön. Drinnen sind auch so spezielle Booster-Packs und viele geile Karten und Decks. Natürlich auch, wie gesagt, alles original verpackt. Ihr seht das Konami-Logo, nichts ist hier beschädigt und so weiter. Ist eine richtig geile Yu-Gi-Oh! Box für 80 Euro. Wer die Yu-Gi-Oh! Legendary Collection 2 haben will, für 80 Euro, könnt ihr sie haben. Wie gesagt, schreibt mir einfach eine Mail. Ist eine wunderschöne Box. Lohnt sich auf jeden Fall auch aufzumachen oder halt zuzulassen. Aber jetzt kommen wir zum letzten Produkt von mir selbst. Und zwar haben wir so spezielle Dragon Ball Packs gemacht. Mal kurz Platz machen, hier. Das habt ihr auch in anderen Videos schon gesehen. Ihr bekommt nämlich 10 Dragon Ball Karten, wie üblich in so einem Booster-Pack. Nur so 10, 12 Karten sind da immer drin. Und in diesen Random Booster-Hüllen kommen dadurch auch Karten rein. Und hier könnt ihr es euch quasi aussuchen. Es gibt euch zum Beispiel eine Möglichkeit von Super Saiyan God. Also hier haben wir Vegeta. Hier haben wir Son Goku drin als Beispiel. Ihr seht jetzt alles Super Saiyan God. Also Blue ist ja auch Gott. Und hier hinten eine zum Beispiel S-Rare-Super Saiyan God Son Goku Karte. Das sind immer 10 Karten pro Booster-Pack. Also die kommen da rein. Alles Random. Und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr zum Beispiel Super Saiyan God haben wollt. Ob ihr zum Beispiel ein... Ach komm, her da. Ein Vegito-Pack haben wollt oder so. Also haben wir auch hier Vegito, Gogeta, alles hier mit dabei drin. Alle Karten ausgesucht und dahinter halt eine garantierte Rare. Du kannst eine Rare ziehen oder du kannst ein Glück haben und eine S-Rare ziehen aus meinen speziellen Booster-Packs hier. Das Ganze gibt es natürlich aber auch mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Zermasu, Goku Black, Super Saiyan Rose. Alles hier mit dabei. Ihr seht jetzt auch ein geiles 10er-Pack mit einer garantierten Rare. Wie gesagt, kann aber auch eine S-Rare sein. Oder ihr seid ganz wild zum Beispiel und nehmt euch ein Waifu-Booster. Da haben wir nicht die ganzen Frauen drin. Wir und anderen Wardos oder Kevlar, Kaliflar, Kale, Kaioshin der Zeit, Zangia, Bulma, Tova, C18 oder halt... Uh, eine geile Kevlar S-Rare. Also wie gesagt, auch da gibt es verschiedene Booster-Packs. Ihr könnt euch aussuchen. Ein Waifu-Pack, Gogeta-Pack, ein Topo-Pack oder halt und so weiter und so weiter. Und das kommt dann halt in ein Random-Booster von mir geöffnet schon mal wahr. Also ihr könnt euch eure 10 Karten aussuchen. Das ist schon ziemlich geil. Denn wenn du in den Laden gehst und Booster-Packs kaufst, dann hast du dich Random-Karten drin. Du kannst also nicht zum Beispiel 10 Gogeta-Karten rausziehen. So ein Rapids-Dragon-Ball-Booster-Pack kostet 4,99 Euro. Wenn ihr Interesse habt, lasst mich gerne wissen und schreibt dazu, wer ein Vegito-Booster-Pack haben wollt. Also Vegito, Gogeta oder halt ein Waifu oder ein Topo oder ein Super Saiyan Rose oder ein God-Key und so weiter. Ein Booster, lasst mir einfach wissen. Schreibt mir einfach an die jeweilige, also an die Mail in der Videobeschreibung. Kommen wir zum letzten kleinen Teil, bevor ich euch zwei große Boxen noch zeige. Und das hier ist, glaube ich, das Beste für alle, was ich euch zeigen kann und auch das Wertvollste. Wird das Produkt in Zukunft noch teurer werden? Ja, auf jeden Fall. Leute, und zwar, das ist wirklich eins meiner Heiligtümer. Eine verschlossene Teams sind Trumpf Elite Trainer Box auf Englisch. Okay? Diese Box kostet derzeit im Internet Minimum 400 Euro. Es gibt sie auch in Amerika auf Ebay für 300 Euro, aber dann musst du noch 120 Euro Zoll dazu zahlen und 30 Euro versandeln. Also nein, leider gibt es im kompletten Internet, ich konnte nichts finden. Es gibt keine Boxen unter 400 Euro, deshalb muss ich leider auch dafür die 400 Euro nehmen. Sie ist noch alles original verpackt, wie ihr seht. Hier ist alles zu, hier ist alles zu und so weiter und so weiter. Ihr könnt auch extra Fotos noch haben, wenn ihr wollt und so weiter. Da von allen Produkten. Hier drinnen sind natürlich Teams, sind Trumpf Booster Packs, geile Hüllen. Und ich glaube, ihr wisst alle selber, die Leute, die sich mit dem Segment auskennen, wie teuer und wertvoll diese Top Trainer Box ist. Die Elite Trainer Box. Leute, ich weiß, ist viel Geld, aber wie gesagt, das Ganze kommt dem Kanal hier zugute, okay? Wenn die jemand von euch haben will, kann ich damit halt einige Displays, wie ihr seht, im Hintergrund kaufen. Das linke hat 100 Euro gekostet, das hat 70 Euro gekostet, das hat 80 Euro gekostet. Da oben wieder 70, 70, 70. Jedes Opening, was ich mache, kostet echt viel Geld. Aber ich unterhalte euch auch gerne damit und sammle euch auch gerne Karten, aber ist auch teuer. Also wenn jemand diese geile Top Trainer Box haben will, original verpackt, Top Zustand, auf Englisch, Teams sind Trumpf, wo ich mir denke, die wird auf jeden Fall noch krass im Preis steigen. Aber wie gesagt, ich muss mich auch mal von Dingen trennen. Ich habe nicht genug Platz und die ganzen Openings kosten viel Geld. Wenn ihr sie haben wollt, schreibt mir eine Mail, wie gesagt, 400 Euro. Ich weiß, es ist viel Geld, aber das ist einfach nur mega fair, okay? Ich kann euch die Sachen nicht zum billigsten Preis überhaupt geben, weil dann kauft es jemand zum Beispiel für 100 Euro und verkauft sie im Internet weiter für 400 Euro. Das wollen wir auf keinen Fall, deshalb sind es immer hier die Endpreise, also die wirklich Normalpreise und nichts ganz, ganz günstig, ganz, ganz billig. Tut mir halt auch leid, aber es ist halt so, es muss so sein. Und wie gesagt, unterstützt er mich dazu und niemand ist gezwungen, was zu kaufen. Wenn ihr die Sachen nicht haben wollt, kommen sie auf Ebay und so weiter, okay? Halten wir noch, eine, die ist viel zu groß, ne? Die ist viel zu groß. Eine englische, oh mein Gott, Brutalander-Box, die ist so riesig, ne? Von Majestät der Drachen, beziehungsweise auf Englisch Dragon Majesty, mit zwei geilen Brutalander-Promos, mit einem Arsch voll Boostern, mit einer Münze und so weiter. Ich zeige es mir auf der Hauptkamera hier oben. Ihr seht, wie riesig diese Box hier ist, bitte. Sieht man das rechts oben? Ich hoffe, ihr seht das rechts oben im Bild. Die Box ist einfach riesig, geile, riesen Promo-Karte drin. Oberhammer. Die hat kein Plastik außenrum, das ist normal, ist eine englische Box. Ähm, die ist leider auch nicht so günstig, tut mir echt sorry. Ich gucke mal nach, was gerade da steht. Genau, 190 Euro können diese englische, geile Majestät der Drachen-Box, H. Ben. Auch ein geiles Sammlerstück, die wurden damals gar nicht so viel verkauft, wurden auch nie reprintet, so wie zum Beispiel verborgene Schicksal oder so. Die Majestät der Drachen wurden nie reprintet, kann also nur im Wert steigen. Wenn ihr sagt, haben wollt, ne? Englisch, ihr wisst Bescheid. Jetzt kommen wir zur letzten Sache für heute. Auch mit einer riesen Box, aber auch eine mehr geile Box. Wie gesagt, ich verstehe das bitte richtig, ne? Ich trenne mich nicht wirklich gern von den Dingen, aber ich muss halt, ne? Allein, ihr habt gesehen, wie groß die Box ist, es braucht also viel Platz. Das letzte heute ist auch von Majestät der Drachen, aber auf Deutsch. Und zwar die Majestät der Drachen Kolossale Kräfte Collection mit einer Rainbow Rare Cedra King, Rainbow Rare Dragoran und hinter ist auch noch eine große, übergroße Karte Rainbow Rare Dragoran plus 8 Booster Packs. Sind es, glaube ich, nicht irre? Ich glaube, 8 Booster Packs. Ja, ich gucke nochmal hinten drauf, dass ich kein Blödsinn rede. Jo, 8 Booster Packs von Majestät der Drachen. Seht ihr, wie riesig diese Box ist im Vergleich zu meinem Kopf? Die ist der Oberhammer. Die lag auch sehr lange hier bei mir. Aber wie gesagt, irgendwann ist die Zeit auch leider, wo jede Box mal gehen muss, wenn ich sie nicht öffne. Weil, ja, ihr kennt es ja selber vielleicht, der Platz reicht einfach nicht. Ich habe kein Schloss oder so und ich habe auch keine Millionen, dass ich die Boxen verschenken könnte oder halt den Lagerplatz kaufen und so weiter. Also Leute, diese fette Riesenbox ist gerade leider bei 250 Euro auf Deutsch. Also die hier ist auf Deutsch, die andere Majestät der Drachen ist auf Englisch. Hier ist Deutsch, Original, verpackt, wunderschön, mit Rainbow Rares, mit 8 Booster Packs. Lasst mich wissen, wenn ihr die kolossale Kräftebox haben wollt. Ich glaube, ich habe ja für heute alles gezeigt. Ich werde euch in Zukunft noch mehr Dinge anbieten. Aber wie gesagt, anbieten. Niemand ist hier gezwungen, was zu kaufen. Wenn es euch zu teuer ist, kein Problem. Und wer Interesse hat, schreibt mir bitte an die Mail in der Videobeschreibung. Ganz oben, ganz einfach. Und wenn, ich sage, mehrere Leute etwas haben wollen, dann kriegt es halt derjenige, der mehr ausgibt. Und wie gesagt, ihr unterstützt damit nicht Milch, sondern diesen Kanal. Mit diesem Geld kaufe ich nur neue Produkte, um sie für euch zu öffnen. Das ist das, wo das Geld hingeht. Also ihr wisst, wo es herkommt, das Produkt. Von mir. Ich kann nicht bei mir beschweren. Ihr wisst, den normalen Marktpreis. Es ist fair. Und ihr wisst, wo das Geld hingeht. Ganz, ganz einfach. Also, wer Interesse hat, schreibt mir gerne eine Mail. Wer kein Interesse hat, kein Problem. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Habt ihr mal ein bisschen so eine alte Sammlung gesehen. Und wie gesagt, genug Packs sind da. Hunderter Packs, Random Packs, Dragon Ball Packs. Ihr könnt mir alles schreiben per Mail. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gerne abonnieren, mich zu verpassen. Schaut auch gerne rein bei den ganzen Openings, die wir machen. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020